Mama, haben wir einen schwarzen Filzstift? Wofür braucht ihr den denn? Hier, ihr malt damit aber nicht an die Wand. Nein, nein, ich bin Doktor und Patient. Und hier an den Oberschenkeln müssten wir auch wirklich noch was machen. Da sagen wir Vetter. Immer der Reihe nach. Sie kommen gleich dran.